Ach, das ist ja das alte Rathaus von Tokio. Wer weiß, was da jetzt drin ist. Das etwas neuere Rathaus, was ich glaube vor 15 Jahren gebaut wurde, hat ja über 50 Stockwerke. Das habe ich auch aufgenommen in meiner Serie. Hier reihen sich wieder Hochhäuser an Hochhäuser. Mittendrin ist wieder ein etwas älteres Gebäude. Und jetzt kommen wir wieder Richtung Kaiserpalast. Das Tor, da kann man durchgehen. Da gehe ich ja mal gleich durch. Das Tor, da kann man durchgehen.